Moin Moin und Hallo, Herzlich Willkommen zum Adventskalender von TBM Zockt. So langsam kommt die Weihnachtszeit näher und wir sind schon bei Türchen 12, das heißt, wir haben die Hälfte geschafft. Die Hälfte der Türchen sind vorbei. Leider. Aber, wie dem auch sei, ich werde einfach mal in die große Tasche mit Lego greifen und werde ein weiteres Türchen hervorziehen. Tja, welches nehme ich denn jetzt? Oh, zu schade. Batman. Yay, wow. Heute ist Batman dran. Wer hätte es gedacht? Schnappen wir uns einmal die Schere? Schade. Und ihr dachtet schon, jetzt kommt Jurassic Park. Was es nicht alles gibt. Lego Jurassic Park. So. Einmal Batman aufschneiden. Warum stecke ich die Schere eigentlich immer wieder weg? So. Dann gucken wir mal, was drin ist. Uh. Ein bisschen was ist drin. Tüte ist leer. Wieder mal 0 bis 3 traurige Zwiebeln. Lego Batman. Uh. Hübsch, hübsch. Ich hoffe mal, dass die Kamera hier scharf gestellt ist. Das wäre nämlich doof, wenn das hier alles unscharf ist, das Material. So. Das heißt, einmal Batman. Einmal den Umhang. Wupp. Na, komm schon. So. Dann einmal seinen Kopf, der er schon wegrollen wollte. Gibt es einmal in, ich gucke komisch und einmal in, ich gucke böse. Na, guckt Batman heute böse. Und dann kriegt er einmal seinen Helm auf. Ah. Und dazu kriegt Batman nicht ein Batarang, sondern zwei Batarangs. So. Haha. Na, den einen kann er so leger mit sich rumtragen. Wie dem auch sei, das war es schon für heute. Das war Batman. Ja. Das ging schnell. Dementsprechend, das war das Türchen Nummer 11. Ne, Moment. Türchen Nummer 12. Wir sehen uns morgen zum 13. Türchen. Das heißt, abonnieren, favorisieren, liken, kommentieren. Und wer abonniert hat, der drückt die Glocke. Ich sag tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.